Back in the Minecraft-Universe! Back in the Minecraft-Worlds! Back bei dem Nitrado-Sommer-Event! Ich hab nur Flusen im Kopf! Guten Tag! Wer bist denn du? Mr. Troll-er! Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's! So, und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht mehr so abloose... Da muss es doch eigentlich auch einen Weg da hinten runter geben. Naja, okay, da kommen die her. Und dieses Mal versuchen... Ach, stopp! Ich hab doch noch irgendwas bekommen hier! Noch mehr Rüssi! Genau! Mal schauen, ob man die Kisten jetzt wieder looten kann, nachdem man tot war. Da liegt noch was von mir rum. Ne, die sind leer. Aha! Sehr, sehr leer! 53 Minuten muss ich warten für den nächsten Loot! Oh, das ist aber böse! So, schnell, 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 da durch, da durch, da durch! Wow! Und da runter! So, okay, was haben wir hier? Da geht's nicht weiter. Und dann geht's hier lang die Pfeile. Oh, aua, aua! Hm, das schaut nicht sehr gesund aus. Mal schauen, auf der anderen Seite besser. Auf der Seite schaut schon besser. Ne, sagt bloß, wir müssen hüpfen! Äh, äh! Das ist nicht euer Ernst, oder? Und vor allen Dingen, wie soll das gehen? Ähm... Ach, da hinten! Wo kommt denn der her? Ist der da irgendein Knopf gedrückt? Boah, come on, oder? Ich kann doch nicht hüpfen! Und dann vor allen Dingen so schnell auch noch. Warte mal, jetzt mal kurz beobachten. Alles klar, der geht hier hin. Da. Dann kommt der. Und dann geht der schon wieder weg. Und dann geht der weg. Oh, bitte nicht, Leute! Also, ich muss ganz schnell da rüber. Dann ganz schnell da rüber! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah... Mist, die kack, die... Ausgerechnet so'n Scheiß! Das ist doch... Das ist doch nicht euer Ernst, oder? ich habe keine zehn punkte auch das noch ist der ambos weg hier drücken wie macht man ein feuer drank ist eine gute frage persönliche ablage da habe ich jetzt erstmal so einige sachen rein die ich gerade im moment nicht brauchen kann das kann ich mir braten für was zum essen da kann man schlafen verzaubertisch ich habe keine erfahrungspunkte kleine kiste hier drücken wenn der ambus weg ist das bringt mir nichts lohnrute brauche ich nicht das brauche ich nicht dass das hier kannst du items lagern ach so die hätte ich auch nicht mitnehmen müssen pilz stock stöckli die stöcke nämlich mit papier schlauchboot holzachs goldnuggets wo ist ein ofen hey cool man weiß ja nie für was man die brauchen kann ach die hose die 7 an weil ich glaube ich habe doch diese gold hose an bringen die mehr hat die bringt sogar mehr dann lasse ich sagen die 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 lille jetzt bin ich voll in meinem ding ins moment gebremst wieso hier habe ich wieder gut komisch gebratenes hähnchen das bringt mir aber alles nichts ich kann nicht ich kann doch nicht hüpfen ihr seid doof von nitrato was ist stehen da hinten wissen jetzt frage ich mal nach muss man da unbedingt hüpfen ach die quest kann ja auch noch mal machen schon abgeschlossen ach leute ich kann doch nicht hüpfen ich kann es nicht ich kann es nicht aber ich muss es probieren ich muss es jetzt einfach probieren da muss ich durch dann muss ich es halt mal lernen hey what the hell neu kalibrieren der zeigt echt hier drauf neu eichen ja was bedeutet neu eichen aber ich weiß ja den weg noch was ist das hammer krasse hänge matte da ist noch auch noch eine kiste karotten bahn 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 ja es ist nahm jetzt genug oder ich kann einfach kisten nicht einfach stehen lassen geht einfach nicht das kann ich nicht das schlauchboot haben wir auch noch das sind die bojen und dann hüpfen wir einfach ins wasser und dann müssen wir da wieder über den berg drüber und dann so weit laufen und immer so weiter und immer so weiter und dann naja und ja genau halt dein mond seh das was erzählst du uns hier kommt nach dem zepter noch was ja ich hoffe mal schon das wäre ja lame das wäre ja mega lame und vor allen dingen ja ok wenn ich wüsste dass nach dem zepter nichts kommt dann brauche ich gar nicht mehr weiter zu machen weil ich habe das hüpfen nicht ich bin ein hüpfen Noob ich übte auch nicht das ist mir viel zu blöd oh da hinten liegt im Kopf aus steig aus wieso bin ich jetzt wieder da hinten Alter ähm wollt ihr mich verkackt Iron Rebels lalalalalala lalalala 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 lalalalalala lalalalalalalala äh äh Alter jetzt Tiggi aber aus ähm dann müssen wir schwimmen mit einer dramatischen Musik lalalala lalalalalalalala Ich singe hier total falsch total falsch ich will zu dieser Insel da ich will das zepter haben ich will es haben Ich will es haben, ich will es haben, ich will es haben, ähm, ähm, ah ja, Muffin, oh, was soll das? Ja, aber es nützt mir es, wenn ich Respawn Punkt hier hinsetze und ich beim Tod irgendwie woanders hingesendet werde. Was soll denn das? Hä? Das ist doch gemein. Oh, oh, jetzt kommen wir auch noch. Monster. Hilfe. Wieso ist so finster hier? Äh, Leute, ich hab keine Angst im Finstern. Ich schwör. Wo war denn jetzt das nochmal? Ich hab nicht aufgepasst, weil ich den Kompass hinterher gerannt bin. Ähm, dann gehen wir mal hier rauf. Wow, Berg, du bist mächtig, Berg. Berg, du bist mächtig, du Berg. Berg, ich erklimme dich, ich erklimme dich, denn ich hab dich gern. Ich hab dich super gerne, ich hab dich gern. Da unten ist ein Lava-Strom. Ich geh mal hin da. Ich geh mal hin da. Ein Lagerfeuer ist ja da. Da ruh ich mich jetzt aus. Ich hab mich total verfranst, da sind noch Kisten hier. Ein Steak, das pfeif ich mir rein, aber was ist, wenn ich es nicht mag? Dann ess ich einen Apfel oder vielleicht eine Pilzsuppe. Eine Pilzsuppe, eine, eine Pilzsuppe. Oh Mann, ich bin schon wieder hier voll am durchdrehen. Aber ich finde den Weg nicht mehr. Das war doch irgendwo ein Berg hier rauf. Eigentlich bin ich an der Küste lang gegangen. Ich hoffe, ich komme hier auf den Berg rauf. Wie verarsche. Ich komme mir nicht verarscht vor. Ich bin einfach zu blöd zum Jump'n'Run'n in Minecraft. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich bin ein Spider-Schweingetier. So, jetzt bin ich auf jeden Fall ganz oben. Aua! Und jetzt bin ich wieder irgendwo unten. Nein! Ich glaube, ich bin irgendwo hin, wo ich nicht sein sollte. Ich komme nicht mehr raus. Aua! Da ist ein Fluss. Oh, come on! Ähm, Fackel. Ah, Fackel. Fackel, Fackel, dann könnt ihr auch wieder was sehen. Leute! Das war die Idee des Jahrtausends. Jawohl, hier. Und hier. Fackelowitsch. Und da ich die tollen Shaders habe. Boah, wieso ist mein Hunger so krass? Äh, das hau mal weg. Und ein Kürbiskuchen esse ich noch. Hä? Aber hier komme ich nirgendwo rauf. Ich glaube, ich habe mich gerade total ins Abseits verbarrikadiert. Ähm, habe ich eine Schaufel? Kann ich hier irgendwas wegmachen? Nee, oder? Ich bin gefangen. Äh, 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 ähm. Ähm, schauen wir mal. Schrägstrich, äh, Spawn. Ähm, oder wird es so geschrieben? Ähm, verschrieben, schrägstrich, Spawn. So wird es geschrieben. Ja, bin ich wieder hier. Ähm, ähm, ähm. Was haut der hier hin? Boah. Ha, ha. Ich habe es mir einfach weggeschnappt. Ha, 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 ha. Ein Goldschwert. Das bringt ja sehr viel. Ein Steinschwert mit Schärfe. Jawoll. Ja. Aber das ist ein Eisenschwert. Das hat, ja, aber eigentlich ist das so. Nee, das hat ein bisschen mehr. Geht auch nicht so schnell kaputt. Joghurt. Joghurt. Die Kisten hier sind bald voll. Ah, hier habe ich aber noch mehr. Hm, den Joghurt brauche ich nicht. Den Schinken da rein. Kaugummis. Riesige Steinziegel. Oder kann ich vielleicht bauen da? Was passiert eigentlich, wenn ich baue? Geht nicht. Okay, ich versuche jetzt noch einmal zum Tempel hinzufinden. Und dann ist aber Schloss hier. Sonst wird das viel zu lange. Und ihr hört mir sowieso dann nicht mehr zu. Und dann macht es ja alles gar keinen Sinn. Äh, ja. Wohl, ja. Hier klicken. Hast du die Quest schon abgeschlossen? Das war mir ja fast schon klar. Respawnpunkt. Und wo ging es jetzt lang? Ist das auch hier irgendwo da in den Wald? Ach, stimmt. Wir müssen ja erst mal wieder rüberschwimmen. Schönen Scheunen drücken. Auf dem Turm im Wasser. Und ich fahre jetzt trotzdem mit dem Boot. Einfach mal dahin. Hier. Und dann bleibe ich erst mal zwischen den Bojen stehen. Vielleicht komme ich ja dann dahin, wo ich hin will. Stehen bleiben? Stehen bleiben? Bleibst du stehen? Ey. Warum gibst du jetzt Gas? Äh. Ich werde wahnsinnig. Aber komischerweise hat man da keinen Hunger. Und diesmal gehe ich gleich an der Küste lang. Genau an der Küste lang! Zähde, du Vollidiot. Oh. Ähm. Wo bin ich? Ey, ich bin wieder hier. Die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die. Die-die-die. Ja, Punks for life. Ja, ja, Punks for life. Ja, ja, Punks for life. Oh, 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 oh hals was bräuchte was zum trinken soll ich lieber nicht während der aufnahme machen so ein scheiß aber da bekommst mich immer da ist ein kopf ein kopf und was haben wir da fußspuren ein bogen sehr schön da war vielleicht mal ein feuer hier ist auch noch was versteckt das brauchen wir doch gar nicht brauchen wir brauchen wir ja ja das das brauchen wir das 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 brauchen wir nicht 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 das brauchen wir das 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 brauchen wir das 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 brauchen wir mal nicht 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 Das brauchen wir Das, 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 das brauchen wir Das, das, das brauchen wir Mal nicht Nicht, nicht Ich glaube, ich nerve euch schon Aber ich weiß gar nicht, was ich anders sagen soll Hier passiert ja nichts Und da ist eine Kiste versteckt Lederstiefel Kugelfisch, Kugelfisch, Kugelfisch Öfenkartöffelchen Ach, die Holzschwerder brauche ich sowieso nicht Ein Fahnen Den nehme ich auch mal mit Da, 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 da Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam Da geht's mal rauf Da, da geht's Ich weiß es rauf Ja, ich weiß wieder wo es lang geht Ich weiß wo es lang geht Ja, ich weiß wo es Wo es Wo es lang geht Ich weiß es super toll Super toll Und mega krass Ein bisschen entspannende Musik Für den Tempel Run Muss ich das Quest jetzt nochmal Annehmen Du hast das Quest schon gestartet Ja Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Vielleicht gibt's da irgendwo einen Geheimgang Ich schau mal lieber Also da ist kein Geheimgang Da geht's hier rauf Und da geht's da lang Ach, das ist wahrscheinlich der Ausgang Hm Schatte Aber ich schau mich jetzt trotzdem mal um Weil ich kann nicht hüpfen Liebe Leute Es tut mir leid Ich werde es niemals schaffen Niemals Und deswegen guck ich mich jetzt mal hier nach einem Geheimgang Um Hier, hier Ah Da kann man auch hüpfen Bringt mir nix Ich kann nicht hüpfen Hier ist auch nichts Schwert mal lieber in die Hand Oder die Fackel Dann zieht man mehr Nein Boah Aber das scheint mir Ähm Geht's da unten weiter? Komme ich da wieder raus? Ich kann's nicht riskieren Da sind auch wieder welche Ich bin ganz leise Ich bin ganz gespannt Da ist ein Brunnen Boah, da unten ist doch was Ich schau mal schnell Eine Kiste Haha Haha Hahaha Eine Steinachs Die ist besser als diese Axt hier Und ich sollte mal auftauchen Genau, deswegen Und ich komm wieder raus Sehr schön Da ist auch irgendwas Ich werde langsam fuchsig Fuchsig, fuchsig Da ist nichts Ach bitte Liebes Nitrado Team Könnt ihr da nicht was anderes reinbauen Wie irgendwelche Jump'n'Runs Die schaffe ich doch nicht Da ist auch wieder eine Kiste Noch mehr zum Essen Habe ich schon Habe ich schon Habe ich schon Holzschwert weg Holzschwert weg Holzachs weg Und alles einsammeln Ne Ähm Holzachs weg Ey Was soll das So Ha Was haben wir hier Da geht's auch nicht weiter Was haben wir da Noch eine Kiste War ja klar Kann ich nicht aufmachen Jetzt kann ich nicht mal mehr Kisten aufmachen Was ist denn hier los Ja da kommt man auch Aber da geht's schon mal Einfacher Das schaffe ich gerade noch so Aber hier waren wir ja schon Was haben wir da Da geht's hier unten Irgendwelche Hebel Die bringen auch nichts Ah Vertrösel dich Ich nix Hab in dir getan Bitte lass ihn mir in Ruhe Wolle Rose kaufen Hey Wolle Rose kaufen Nein Nix Wolle Rose kaufen Der 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 Die Ba 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 Dom Ba 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 Blad Bee Y Ba-da, ba-da, ba-da... Ba-da, 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 ba-da. Jetzt stehen die auch noch hier blöd rum. Verbrennt, ihr Schweine! Aua! Der haut mich noch. Hm, da hinten? Da müssen wir hin. Ja, der hat es ja schon mal bis dahin geschafft. Das ist ja schon mal eine Leistung. Oh, der bleibt jetzt stehen hier. Nee. Der ist einfach nur länger da. Da hinten geht auch einer weg. Ach, das war schon. Boah, ich glaube, der schafft es. Boah. Boah. Ich habe es geschafft. Leute. Hahaha. Kiste. Buch und Feder. Buch 13. Papier. Was? Buch 13? Was soll? Buch 5? Kann man die lesen irgendwie? Ich schau mal schnell. Ich guck mal schnell. Nee. Bringt mir gar nichts. Äh, das war ja auch wieder super offengeil. Ach, hier ist ein Spawnpunkt. Ah. Aua, hau ab. Hau ab. Kürbiskuchen. Ja, Leute. Ähm. Ich brech mal ab. Und den Jump'n'Run gibt es in der nächsten Folge. Ja,. Zia. Ja. Ah. Jaa.